Servus, grüßt euch auch und Ehre, Freunde der Freiheit, Freunde der Demokratie. Es ist immer wieder schön, euch alle hier zu sehen. Es gibt doch noch Menschen mit klarem Verstand, Menschen, die selbst denken können, Menschen, die nicht alles glauben, was in den Zwangsgebührenmedien steht. Die waren ja heute auch schon da, ARD, RBB und wie sie alle heißen. Da steht da morgen wieder irgendein Gespudel drin, wie auch immer die ganz schlimmen Rechten haben demonstriert. Gute Freiheit, das darf man heute nicht mehr. Aber ich gehöre noch über Stefan Brotschka, agrarpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, da drüben im Reichstag, im Bundestag. Und es ist mir eine Ehre, den Job mittlerweile seit über sechs Jahren machen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017